Musik Ich heisse Sie herzlich willkommen zu Burgdorf in der Stadt in Emmetal. Und ich nehme Sie jetzt mit auf einen Spaziergang durch meine Lieblingsstadt. Und Sie werden sehen, die Stadt ist schön, aber in dieser Stadt steckt auch viel Power, steckt viel Innovationskraft, aber auch Wärme und Gastlichkeit. Am besten kommen Sie selber schauen, testen Sie uns, die Garantierinnen, der Test werden wir bestehen. In diesem Sinne, auf bald das Burgdorf in der Stadt in Emmetal. Die Stadt Burgdorf mit rund 16'000 Einwohnerinnen und Einwohnern glänzt mit einer mittelalterlichen Altstadt, mit spätbarocken Patrizierhäusern und der imposanten Schlossanlage. Burgdorf ist ein idealer Wohn- und Arbeitsort, hat aber auch Touristen viel zu bieten. Burgdorf ist gleichzeitig Zielort mit vielen Attraktionen und auch Ausgangspunkt für Ausflüge. Das wunderschöne Emmental liegt direkt vor der Haustüre. Burgdorf ist mit privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln ausgezeichnet erschlossen. Sehr geschätzt wird die BLS-Verbindung von und nach Bern im Viertelstundentakt. Zahlreich sind die in Burgdorf gebotenen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Dazu gehören das bestens erhaltene Zähringer Schloss als Wahrzeichen und die historische Altstadt, ebenso wie die über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Museen im Schloss, das Museum Franz Gertsch und das Luginbühl-Museum im Alten Schlachthaus. Kein Wunder ist Burgdorf Treffpunkt von Kulturinteressierten aus der nahen und weiteren Umgebung. Zu den traditionellen Höhepunkten zählen das seit 1729 jährlich stattfindende Kinderfest-Solenität, die Krimitage und die Emmentaler Liebhaberbühne. Burgdorf ist auch Etappenort der Herzroute. Jährlich fahren über 10.000 Velofahrer durch die Burgdorfer Altstadt. Über 200 aktive Vereine bringen ja ein Jahr Ausschwung ins Burgdorfer Stadtleben. Die Infrastruktur ist hervorragend und umfasst eine Reihe von Sportanlagen wie Tennishalle, Freibad und Hallenbad. Ganz neu, ab Herbst 2010, die Eishalle Buchmatt. Burgdorf gilt auch als Stadt der Schulen. Hier machte 1798 Pädagoge Pestalozzi persönlich den Anfang. Heute ergänzen Gymnasium und Fachhochschule das umfassende Angebot der obligatorischen Schulstufen. Weitere Pfeiler der Infrastruktur sind das Regionalspital Emmental. Diverse Alters- und Pflegeheime sowie gediegene Seniorenresidenzen. Mit 900 Unternehmen und über 11.000 Arbeitsplätzen ist Burgdorf ein bedeutender Wirtschaftsstandort. Die Industrie überzeugt mit innovativen Produkten. Das Gewerbe bietet einen guten Branchenmix und die wachsende Zahl von Dienstleistern sorgt für Dynamik. Auch das Bau und das Autogewerbe sind ausgezeichnet vertreten. Einkaufen in Burgdorf macht Spass. Dazu tragen die vielen Fachgeschäfte und Detaillisten bei. Einheimische und Gäste kommen auch gastronomisch auf ihre Kosten. Sie finden Hotels in verschiedenen Kategorien und Restaurants für jede kulinarische Präferenz. Stolz sind die Burgdorfer auch auf ihr eigenes Bier. Die Stadt bietet vielfältige Wohnlagen. Von der exklusiven Altstadtwohnung bis zu modernen Wohnüberbauungen. Kurz gefasst, Burgdorf ist ein attraktiver Ort mit hoher Lebensqualität. Hier zu leben ist ein Privileg. In Burgdorf sind Sie herzlich willkommen als Gast, Tourist oder als neue Einwohner.